Naja Oh, falsche Waffe Was ist da von mir? Ja, irre Ja, da gibt's Grafikfehler, wie schön Seilrutsche Oder was sagt mir das Ding jetzt? Warte mal, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss wahrscheinlich da hoch Das bedeutet, ich müsste den da runter bringen Dann hier rüber fliegen Warte mal, geht das? Oh Scheiße Jupp, das passiert, wenn man nichts sieht Nein, ich bin nicht mehr So... So... Das ist hier vorne noch. Ah, damit soll ich dann da hoch. Okay. Hätte auch da hochgekonnt. Mhm. Nein. Schade. Und ich wäre... Vermutlich auch nicht da hochgekommen. Wie? Wie komme ich da hin, ohne zu sterben? Ich habe daneben gesprungen. Super, super, super. Hm. Okay, das ist jetzt richtig doof gewesen. Aber egal, ich versuche es einfach mal. Bewege dich, Alice Little. Komm. Ja, geschafft. Gib mir den Hebel. Guck mich nicht so an, du... Puppe. Ah, jetzt muss ich auf der anderen Seite wieder... Natürlich. Hm. Warte mal, ich muss auf der anderen Seite jetzt hoch, ne? Ach, ne, natürlich muss ich auf der anderen Seite jetzt hoch. Das bedeutet Lauf, Alice. Was? Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja, ist ja schon gut. Ich komme ja schon. Wie? Über den da. Nein. Super. Gut. Stopp, wo sind wir gerade? Falsche Städte. Müssen... Von hier aus... Kommen. Haha. Tadaa. So. Gib mir noch meine restlichen Rosen. Ah, wieso geben die mir keine Rosen? Ich möchte Rosen. Schön duftende, zärtliche Rosen. Die auch... Keiner Nachladepause bedürfen. Du bist scheiße, Spiel. Das heißt doch hoffentlich... Kommen. So. Aber immerhin... Muss ich sagen... Ich komme mir schon besser vor als am Anfang. Stirb. So. Und jetzt? Jetzt. Ja, Mann. Echt, Mann. Echt, Mann. Okay. Zack. Zack. Das ist doch sowas von klar. So. Da gehe ich durch. Die gehen durch. So. 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 Ja. Ja. ein geräusch bekomme ich schon gänsehaut so hier ist noch ein kopf kommt ja ich habe alle meine rosen wieder voll schön so hier geht es weiter schön drauf hauen kaninchen setzen und weiter ja ok Das hat nichts genutzt, aber egal. Hm, das ist doch... Ah! Ah! Oh, okay. Ah, liebes Kutchen. Hör auf, mich so scheiße anzugucken. Nein! Weg hier, Alice. Nein, die kommen wieder. Wieso kommen die wieder? Oh, ah! Wieso schießt der jetzt nach da? Ah, ich will doch... Komm, zeig dich. Wuhu! Klappt doch. Wie schön. Hallo, ich möchte den Hebel betätigen. Nichts anderes. Ja, ich komm wieder ans Tageslicht. Ja, ich bin wieder am Tageslicht. Ich kann das nicht zerstören. Oh, wie gut tut das. Wie gut tut das. So. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt auch erstmal Schluss für heute. Denn... Dieser Teil hat mich nervlich ziemlich mitgenommen. Tut mir leid, aber ist so. Ich werde da jetzt wahrscheinlich noch in der Folge irgendwas anderes aufnehmen. Vielleicht sowas Neues. Wer weiß. Aber... Bis zum... Ja. Nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fandet das genauso psychodelisch. Und ich habe mich nicht alleine so gegruselt und mir alleine in die Hosen geschissen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.